Das fühl ich schon, also es sieht richtig geil aus. Oh, den hab ich noch nie getragen. Du hast schon mal anal eingeführt. Die Leute haben sich da drüber lustig gemacht. Ich find das immer noch echt schick, das Ding. Sagst du dazu? Lecker stecken! Yo! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Freunde, heute gibt's was ganz Besonderes. Und zwar, Freunde, besuchen wir heute einen ganz alten Kollegen von mir. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahrzehnten. Nein, Freunde, heute besuchen wir auf jeden Fall Montana Black. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie ist das Ganze zur Stange gekommen? Wie kann es passieren? Wie kann es sein? Wir haben einfach ein bisschen über Instagram hin und her geschrieben. Und deswegen werde ich ihm heute ein Geschenk vorbeibringen. Und wir werden heute nach Buxeroute fahren und ein bisschen ihn kennenlernen. Wir machen uns auf den Weg nach Buxeroute, deswegen let's go! Yo, danke, Digga. Sowas freue ich immer übelst. Das ist das Wetter, was ich liebe! Kannst du echt kommen jetzt hier? Einfach Autobahn, Polizei. Ich mach den Spaß hier an. Einfach krass! Komplett unnötig. So, Freunde, wir sind an der Adresse angekommen. Was ich lustig finde, es gibt ihm irgendwie diese ApoRed-Vibes. Ich weiß nicht, ob einer von euch das noch irgendwie sich daran erinnern kann. Apo, R, E, D, Burgess, alles süß. Dazu noch aus dem leckeren Baba-Kanister eine Folge Jojo. Alles ihr Leben richtig gemacht. Das war einer meiner ersten Videos, wo ich ApoRed quasi auch was vorbeigebracht habe und einfach bei ihm zu Hause reingeschneit bin. Ja, mal sehen wir uns jetzt, ob er da ist, wann er da ist. Aber wir sehen uns gleich, deswegen let's go! Okay, Leute, damit würde ich sagen, wir sind echt in der Heiligen Halle drin. Leute, und guck mal, wer hier sitzt. Was geht? Hallo, Freunde. Freunde, ganz lustig, ich wollte einfach den ersten Moment ein bisschen filmen, weil es einfach immer cringe ist. Ich finde es immer geil. Aber ich habe ein kleines Geschenk für dich, weißt du ja auch. Ja, Geschenke, Geschenke kriegen wir noch mal. Ja, irgendwie. Ich habe noch nicht so viel verraten, Freunde, aber damit die Geschichte mal ein bisschen aufgeklärt wird. Monte war interessiert an einem Piece, was ich zu Hause habe, was es ganz selten auf der Welt gibt, was mittlerweile oft ausverkauft ist. Deswegen habe ich ein cooles Angebot gemacht und das habe ich ihm heute mitgebracht. Ich bin mal gespannt auf seine Reaktion. Hier ist nämlich noch was von Montclair am Start. Dann können wir am besten mal gleich mal ein bisschen Modeshow machen. Ich habe sogar so etwas Ähnliches mir jetzt gerade auch gesneakt. Hier, ähnlich, auch von Montclair. Ist auch eigentlich ganz, ganz schick, Digga, ne? Das Einzige, was ich hier nicht so geil finde, ist dieser Plastik. Wenn du, wenn du Ober-, also wenn du nur ein Unterhemd an hast oder ein T-Shirt, dann ist dieser Stoff so, fühlt sich so nicht so geil an der Haut an. Aber für sich ein schönes Stück von Montclair auf jeden Fall. Man sieht schon vorne Gucci, der eine oder andere kann es wahrscheinlich auch schon denken. Das ist nicht so weit hergeholt. Boah, der ist schon maschalade, Digga. Ja, ich mag die schon gerne, Digga. Ich mag auch, man muss auch sagen, gerade letztes Jahr und dieses Jahr, aber speziell ist so dieser Beigeton und so sehr entremt gekommen. Auf diesem Braun, ich habe davon noch einige andere Sachen, auch von der Qualität und so, ist warm. Qualität, Baba, Wärme geht. Also man muss schon was drunter ziehen, das ist jetzt keine fette Winterjacke. Boah, Digga. Vom Kreuz? Bisschen, ne? Ja, Digga, es ist halt einfach bei diesen Sachen, hier einfach, dass du dir eine Größe, die, also, Bruder, ich gehe mit meiner Freundin shoppen und gucke bei ihr in die Hose so, also, und dann steht da Größe 3. Oder beim Oberteil Größe 3. Ich bin so unskoll, ich kenne nur L, X, L, M, dann so. Also die passt auch nicht dran. Boah, doch, Digga. Ja, die ist schon, Maschallah, die ist schon echt wunderschön, Digga. Auf jeden Fall hat er die in meinem Lambo-Vlog gesehen oder Lambo-Video, wie fandest du die? Ähm, ich war echt, ne, ich habe nur reingeskrippt, um zu gucken, wer das ist, ich habe das Video nicht gesehen, Digga. Ich habe auch die Jacke, ich habe auch die Jacke, ich habe auch die Lambo-Vlog gesehen. Ja. Und ich finde die, Digga, die ist klingt. Ich kann die gleich mal oben zeigen, wir können ja mal direkt hochgehen. Übrigens, Freunde, das erste Mal, dass ich das hier sehe, ist schon mies. Also ist schon echt eine schicke Hüttel. Also ich höre von jedem, der hier das erste Mal ist, dass alles viel größer wirkt als in dem Video. Also ich habe keine richtige Relation dazu. Ich skip nämlich deine Videos auch nur. Ich finde, es ist sehr clean alles. Ich habe, glaube ich, nur den Rohbau gesehen am Anfang. Oh, voll abgucken. Nein, Treppenhaus wusste ich jetzt nicht mehr so genau wie das. Schwierig. Man muss auch sagen, es hat sich auch viel geändert. Du musst auf jeden Fall in nächster Zeit auch noch mal mir das Video angucken, wo das Haus noch so sein Ursprungsort war. Weil überall wurde hier was geändert. Nur jetzt, wenn du überlegst, in dem Bereich, die Geländer wurden anders gestrichen, die Glasscheiden wurden getüllt, der Fußboden wurde hier geändert. Das Anteilzimmer wird ja mal klein. Ja, das kenne ich, glaube ich. Oh, nee, ey. Das ist ja wieder... Agatha hat wieder Dings, ey, Mann. Oder doch nicht. Oder die Hose dazu. Kleiner, kleiner Insight-Tipp von mir, Digga. Die Ralf-Laureen-Jogginghosen sind die besten Jogginghosen, die ich jemals getragen habe, Digga. Das Einzige, was die haben, die haben so schnell Fuzzle an der... Ich glaube, wie gefällt dir das Anteilzimmer? Ja, lass mich mal ein bisschen gucken. Ich bin jetzt hinter der Kamera... Soll ich mal kurz halten? Ja, warte mal. Ist schon ein kleiner Männertraum, soll ich dir ehrlich? Zeig mir mal, dein Piece, wo du so ein bisschen sagst, ist deine Sünde. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe 70% der Sachen, die hier noch nicht getragen. Das zum Beispiel ist meiner absoluten Lieblingsdinger. Ja? Ja. Ja, dir ganz ehrlich, Digga, der ist wunderschön, der Pullover. Aber, äh... Ich bin schon wieder auf diese Rentner-Basis. Also das ist ein Piece, wofür ich, sag ich dir ganz ehrlich, sehr viele Komplimente auch bekommen habe. Ja? Ja. Von wem? Äh, von Kollegen. Von Omi. Na, bist ich. Der sitzt auch übelst bequem. Hat auch eine Funktion. Das ist bei meinem Vater auch immer sehr wichtig, dass die Sachen... Der kommt immer von Aldi, sag ich dir, wie es ist. Mein Opa war von Wohlwort. Ich mag halt gerne diese gestreiften Sachen, ne? Oder, äh, ja. Auch sowas hier, Digga, habe ich auch bei mir im Stream mal angehabt. So, da haben die Leute auch gesagt, so, oh, voll Rentner-mäßig. Aber, Bruder, ich finde das ist mal was anderes. Und dieses gestreifte Muster fühle ich halt auch, ne? Größte Sünde, Digga. Die Burberry finde ich krass, da oben, muss ich schon mal sagen. Die hier? Ja. Ja, das sind auch die Pieces von Burberry, die ich auch mit am allermeisten, äh... Die haben eine neue Kollektion rausgebracht, da waren viele geile Pieces dabei. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Aber ich... Magst du nicht? Nee, nee, genau. Da sind wir ja gar nicht beieinander. Also, ich weiß jetzt, ich habe die neue Kollektion natürlich jetzt nicht vor Augen, zu 100%. Ähm... Boah, ich habe die jetzt falsch gemacht, jetzt auch mal. Das fühle ich schon, also, es sieht richtig geil aus, für mich. Ja, safe. Dann gibt es auch nochmal einen Blau, den habe ich auch noch irgendwo in Blau. Ich habe mir viele Sachen vom Burberry geholt, die ich noch nie getragen habe, muss ich gestehen. Digga, das ist ein geisteskrankes Ding. Finde ich. Den Streifen, man hat... Das ist mir nicht auch schon wieder schwierig. Findest du ehrlich schwierig? Ich mache ja auch viel auf der Straße und so. Und manchmal sehe ich auch den Stoff öfters mal bei Optik. Ach komm, scheiße. Ich bekomme auch die letzte Reaction auf deine scheiß Videos. Den finde ich zum Beispiel auch wieder sehr nice, ne? Von Fendi. Nee, der ist gut, den sowas kenne ich ja. Wer, wer, Digga, wer ist denn das jetzt, Junge? Ja, das sind die, die ich gerufen habe. Nee, warte, warte, ich gucke auf Kamera erstmal, bevor ich überhaupt drunter gehe. Darf ich mitgucken? Nee, nee. So, Bruder, Agatha ist jetzt unten. Ich habe jetzt freien Lauf, Junge, wo sind die Uhren? Aber irgendwo muss doch hier so ein Tresor sein mit den Uhren. Aber egal, wir gucken jetzt mal ein bisschen nach. Cool. Weiß ich nicht. Sind halt viele alte Klamotten auch noch dabei, ne? Der ist gerade gekommen, Agatha. Ja. Der ist richtig gut, finde ich. Von Tupen. Bruder, ich habe hier halt viele Sachen hängen, die ich noch nie getragen habe, ne? Den zum Beispiel, den habe ich mir gekauft, Digga, von Chicago Bulls, den Digga, habe ich noch nie getragen. Von Marcelo Boulin, eine Kooperation war das, mit Bulls. Aber dafür, Digga, hier mein Heiligtum, Bruder. Auf, auf, arrogant. Ach, die Unterhöschen. Ja, Digga. Getragen. Aber Unterhosen sind wichtig und richtig. Und, wie ich auch immer predige, davon kann man nicht genug haben, zum Beispiel hier. Socken, 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 Socken und Unterhemden. Unterhemden, Unterhemden, Unterhemden. Was ich gerade gesehen habe, was ist die für eine Hase? Auf Versace angelegt. Ja, habe ich noch nie getragen. Habe ich mir auf Malta gekauft, weiß ich noch. Auch noch nie getragen. Ja, das Ding ist halt einfach, ich bin ja auch jemand, der seine Sachen zu 95% online bestellt. Und oftmals sieht das halt online besser aus, auch an den Models so dran. Weißt du, wie ich meine? Und dann behältst du die, aber schickst du nicht zurück? Also, ich schicke nie was zurück. Entweder verschenke ich das, oder es steht halt hier. Das finde ich zum Beispiel richtig fresh-secker. Das feiere ich auch. Schwarz-Weiß geht immer. Aber das ist ziemlich teuer gewesen für das wenig, was man bekommt. Naja, alle Louis-Klamotten mit diesen Sachen drauf sind extremst teuer, Digga. Extremst teuer, aber überdurchschnittlich teuer im Verhältnis zu Louis. Ich habe irgendwo ein richtig geiles Louis-Shirt, aber ich weiß nicht, wo er gerade das hingetan hat. Scheint wohl noch in der Wäsche zu sein oder so. Kein Plan, Mann. Ich kann mich noch erinnern an eine Hose, die hatte diesen Print. Die hatte ich mal an Silvester an. Bruder, da muss ich sagen, da wurde ich aber ein bisschen ausgelacht. Hose, der auch schwierig, aber das T-Shirt selber. Ich wurde schon oft im Stream nach Mode gefragt, aber die Valentino-Pieces mit dem Camouflage, die sind, also da haben die Leute immer gefragt, oh, woher hast du die, woher hast du die? Wirklich? Ja, wirklich, voila. Ein so T-Shirt kostet so 400 Euro ungefähr. Das ist geisteskrank. Das macht keinen Sinn. Ja, du hast dir das Ding hier gekauft. Ey, was? Habe ich die nicht verkauft? Ja, für Minus. Auf Trade. Auf erfolgreicher Trader. Das muss ich sagen, ist echt schon was ganz Geiles. Und hier wird immer richtig... Hier lasse ich es mir gut gehen, Digga. Ja. Schön großes Bett. Ja. Und äh... Hier knackt es ab und an mal. Ich sag dir auch ehrlich, es war gar nicht so viel mehr teurer, sich das anfertigen zu lassen, als zu kaufen. Ach, auch Sonderantfertigung? Ja, ja, ja. Aber ich habe also 1,5, 2 mehr bezahlt für die Anfertigung. Hast du nix? Ja, ich fand das auch wichtig. Und ich fühle mich sehr wohl in dem Bett, Digga. Das kann ich dir so sagen, wie es ist. Hier haben wir auch so viele Sachen, Digga. Guck mal, zum Beispiel die Biveri-Gang hier, Digga. Bruder habe ich noch nie getragen. Guck mal, sind wir noch Preissteller da dran? Und die hat wieder komisch gesessen. Die ist geil, die ist richtig krass. Ich glaube... Digga. Das könnte... Ja, nee, eigentlich ist es keine Sinne, Digga. Doch, ja, ein bisschen. Aber er ist beidseitig, ne? Kannst du beidseitig tragen. Erinnert an Barca. Seine Bauer-Fashion-Zeit von Vizca Barca. Na, Freund, ich muss mal nebenbei sagen, wir haben gerade ein bisschen gequatscht. Dies und das. Sehr, sehr tolle Themen. Sehr, sehr viele Erfahrungen oder Sachen, die hast du schon durchlebt, die ich wahrscheinlich erst gerade durchlebe. Oder die mir manchmal auch vielleicht ein bisschen wehtun. Sehr, sehr toll, mit jemandem sich auseinanderzusetzen, der das vielleicht schon durch hat und einem auch ein, zwei Tipps geht. Deswegen gerade ein bisschen ruhiger. Nee, wir machen mal weiter. Bedanke ich mich schon mal an der Stelle. So, jetzt erst mal die Hose ausziehen. Wurde der auch schon mal anal eingeführt? Äh, nicht bei mir. Den habe ich schon Ewigkeit. Diesen Baseballschläger hatte ich bestimmt schon 13 Jahre. Und zwar, ich hatte ja den Schlüssel von der Schule. Mhm. Und hatte ja die Sport-Outline und so leer gemacht. Aber in diesem einem Raum haben die Baseballspieler ihre Sachen liegen gelassen. Und da habe ich mir mal diesen Baseballschläger rausgeklaut. Der ist schon aspar uralt. Und der wurde doch schon mal benutzt? Also gegen Menschen, meinst du? Nein, 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 niemals, nein. Ich habe den schon oft mitgenommen, ja. Aber was willst du auch machen, wenn drei, vier Leute an deinem Haus sind und klingeln und weglaufen? Ich verstehe. Ich weiß ja nicht, was das für Arschläger sind, dann laufe ich da erstmal hinterher. Der einzige Grund, warum ich dieses Ding benutzen würde, ist, wenn mehrere Leute auf mich losgehen. Oder eine Person mit einem Messer oder sowas. Deswegen ist es wirklich nur, wenn ich Angst habe vor mehreren Leuten, die mich bedrohen in meinem eigenen Eigentum. Der ist hier, Digga. Den habe ich da hingelegt, damit ich ihn nicht mehr sehe, weil ich ihn nicht brauche. Weil ich keine Lust mehr auf diese Kacke habe. Ich bin älter geworden. Ganz lustige Geschichte. Letztes Mal, als ich nach Hamburg gefahren bin, im Zug, ich hatte meine Maske nicht richtig auf, ne. Gegenüber war ein älterer her, 40. Hat mich voll angeschrieben, ich muss nur mal kurz Luft holen, tut mir leid, das ist nicht perfekt. Der schreit mich komplett an, Cholerika, irgendwas. Ich sag so, boah, du Scheiße, die Scheiße, drehe mich so weg. Auf einmal steht der auf, was hast du gesagt, aber ein Dünner, so mit Brille und so, ne. Ich, was will der jetzt, auf einmal, batz, zieht der mir eine richtige Schelle, ne. Hat er den Schelle auch? Der hat mir eine richtige Schelle gezogen. Auch mitten im Zug, so. Ich aufgestanden, bam bam, zweimal, der ist weggeknickt. Würdest du mit so einer Situation umgehen? Aber ich würde ihn auch so lange schlagen, bis da keine Gefahr mehr ist. Der ist auch weggeklappt, aber der hat danach noch gesagt, ich habe gesagt, hat es geschmeckt. Er sagt so, ich habe schon mal hätte richtige bekommen. Ich habe mir auch nur gedacht, Bruder, okay, dann. Gewalt ist keine Lösung, aber wenn man angegriffen wird und sich verteidigen muss, dann kann man es machen. Was sagst du dazu? Oh, Baba. Doch, für die Feierchen. Der Aufdruck, Baba. Die sind wunderschön, Digga. Sind auch sogar bequem. Also ich habe Schuhe, warte mal. Die sind von einer Freundin. Auf Grada, Digga. Hier, Digga, das sind die Montclair. Das ist, welches Schuh das ist, das ist 46 oder so? Bruder, ich komme nicht in diese Schuhe rein. Aber die sind auch ein bisschen wie so Gummigeschichten. Die sind sehr bequem, so habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja schon Rentner, ne. Bruder, ich komme nicht in diese Schuhe rein. Digga, es geht nicht. Es geht nicht. Ich komme da nicht rein. Also der Fuß explodiert. Ich komme nicht rein, es geht nicht. Probier doch mal, ob du da reinkommst. Du kommst da rein? Ja, absolut. Das klingt also ein richtiger Tomatenkopf, der Markus, Digga. Also fühlen die sich gut an oder nicht? Absolut nicht. Ne. Irgendwie der 400, 500 Euro angezündet, Digga. Du hast vorhin über die Waffe bis gar Wasserzeig gefehlt. Und das ist ein Schuh von 2014, glaube ich. Ja, verpiss dich. Den habe ich, glaube ich, 2015 oder so mit Ellotricks zusammengekauft beim Shoppen im Film. Comic Center in Hamburg. Schönes Ding. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Ich finde, die sind immer noch echt schick, das Ding. Sieht top aus, ja, mit den Blitzen vor allem. Boah. Da siehst du, da kommst du schon ein bisschen anders rüber. Bisschen fester. Sag mal ehrlich, die ist schon Baba, oder? Ja, um Respekt einzuflößen, ist sie gut, aber. Ich habe die auch noch einen Stoff. Habe ich mir damals aus dem NBA-Store aus Amerika bestellt. Das sieht ja mehr so aus, als ob du da mal rausgehst und mal ein paar Leute einschüchterst. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht einmal geprügelt. Ich habe immer noch ausmauern bekommen. Das globt man dir sogar bei dem Gesicht. Schmaßleiter. Die Jacke habe ich mir mit von meinem ersten YouTube-Money geholt. Alpha Industry war damals, Bruder, auch jetzt immer noch eine stabile Marke, aber damals wollte man Alpha Industry, war das NonplusO. Das ist, oha. Ja, wo habe ich noch einen benutzen Sprühkopf? Ich muss einmal ins Spiel gucken für die Nostalgie, Bruder. Boah. Was ein Typ. Boah, die Jacke fühle ich ja immer noch mies. Ich bräuchte die, genau die nochmal frisch. Oder? Sag ehrlich, sie sieht doch vielleicht aus, oder? Du bist doch noch ein Mando. Meine Verbrecherjacke müsste hier auch noch hängen. Diese Jacke ist mindestens, ich wäre jetzt 33. Also die Jacke ist mindestens 16 Jahre alt, würde ich sagen. Zeigt ihr, warum das die Verbrecherjacke ist, der Gart. Die ist jetzt natürlich lange nicht mehr getragen und ausgelutscht. Das Band hört man ja. Ist kaputt. Ist kaputt, der. Wurde herangegierst, der. Nein, das ist kaputt, das Gummiband. Schwupps, weg ist er. Aber das stimmt schon. Das ist halt einfach nicht aufgefallen. Hier habe ich meinem Kollegen Simon, aka Pferdepimmel Simon, dem habe ich das Ding abgekauft. Und ich habe ihm, glaube ich, 20 Euro mehr gegeben. Das Geld hat mir meine Oma damals dann gegeben. Also diese Jacke ist wirklich 100% ich früher. Ich kann die auch nicht wegschmeißen, weißt du, wie ich meine? Ab und an, es ist wie eine alte Freundin, so. Ab und an muss man einfach nochmal rein stibitzen. Jetzt hab ich dran erinnert. Du willst, dass ich den mal hier starte? Ja, natürlich. Am liebsten würde ich auch mal fahren. Ich glaube, das wird laut. Ja, mach. Digga, schrecken. Boah, Digga, das ist doch mal ganz anders. Ich habe dir doch gedacht, du wirst dich erschrecken. Oder du Freak. Jeder erschreckt sich immer. Aber was ist mit deinen Nachbarn? Ich kenne mich. Ich fahre jetzt einmal kurz gleich raus, lasse ein bisschen was laufen und wieder rein. Und ja, man versteht nichts. Okay, ne? Der ist im Vergleich zum Urus, ist der nochmal dreimal lauter. Aber ich sage dir ehrlich, der Urus ist auch einer der schönsten V8s aus, die ich gehört habe. Ist das performant wahrscheinlich? Standard. Ja? Ja. Bruder, ganz, ganz anders. Wir lassen ihn mal ganz kurz ein bisschen laufen und dann mache ich gleich nochmal ohne Kaltstartsound. Bruder, der Schlüssel steckt. Normalerweise einfach rein und weg. Ja, Mann. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, der hat nochmal geknallt, bis in ein ganz anderes Universum, Digga. Ganz anders. Ich habe die auch gefragt, wie habt ihr das zugelassen bekommen? Es kommt in dem Video nicht ansatzweise so rüber, wie es in real ist. Dieses Auto ist kriminell laut. Jetzt wird nochmal lecker Geschmack auffatz. Ist das so dein Leibgericht, bist du hier, wenn du mal bestellst? Leibgericht jetzt nicht, aber ich mag allgemeine Reis und vor allen Dingen mit Champignonsauce dazu. Ist köstlich, Digga. Wie sieht es aus, wie oft bestellt man das? Ich bestelle, muss ich ehrlicherweise sagen, eigentlich jeden Tag. Super. Hier ist aber eine gute Luft drin. Ja, das ist wegen der... Das dachte ich nicht. Ja, das ist halt schon ein Monsterding, ne? Digga, das ist mal so ein Live zu sehen. Das ist halt schon mal nochmal eine andere Nummer, ne? Ist diese Infinity-Decke an? Nee, oder? Nee, die hier bei mir. Oh, Mann. Ich glaube, das Aquarium brennt. Digga, das sage ich schon. So. Mit den Burgies. Stream, hast du heute irgendwas Besonderes vor? Ja, eigentlich immer relativ flamlos in den Stream rein. Und ich denke mal ein bisschen GTA. Ja, Freunde, gleich geht es auf jeden Fall auch für mich los. War eine heftige Erfahrung, könnte ich jetzt schon mal sagen. War aber sehr entspannt, muss ich sagen. Findest du? Ja. Ich fand es ziemlich scheiße. Dein Furz hat mir ein bisschen imponiert. Der war aber auch ganz komisch, Digga. Der hatte so ganz kurz diesen anderen, verdächtigen Sound. Bist du feucht? Nee, gar nicht da. Aber jetzt fängt meine Maschine halt direkt an zu arbeiten, sofort. Hast du ein bisschen Laktoseintoleranz? Nein. Nein, 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 habe ich nicht, Digga. Natürlich nicht. Ja, aber das würde dieses Furzen vielleicht eckern. Ja, aber von Laktoseintoleranz kriegt man Bauchschmerz, Durchfall im schlimmsten Fall. Und das habe ich in keiner Art. Weil siehst du einfach ein, meine Maschine arbeitet besser als deine. Haut sofort alles raus, was keine Miete zahlt. Das hat sich ein bisschen falsch angehört. Als ob du meine Maschine schon mal ein bisschen Zugang hattest. Ja, Bruder, mach's los. Okay, Bruder, dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal bei dir. War echt cool, Mann. Hat mich echt gefreut, dich immer persönlich. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dich immer persönlich kennenzulernen. Kein Problem, guter Heimfahrt, wenn ich dir. Egal, dann würde ich sagen, das war's.